Servus liebe Ball of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. An dieser Stelle möchte ich euch zeigen, wie es aktuell möglich ist, Ruhmstufen in Patch 9.1 zu sammeln. Das Ganze sieht so aus. Vorher war es immer so, ihr hattet dann euren Pakt-Sanktum. Gehen wir darauf mal zurück, im Adenwald hattet ihr immer die Quest. Seelen im Schlund zu sammeln und 1000 Anima zu sammeln. Die haben jeweils eine Ruhmstufe gegeben und zu Beginn des Add-ons oder zu Beginn des letzten Patches immer die Pack-Kampagnen-Quest. Die haben euch auch eine Ruhmstufe gegeben. Jetzt ist es so, diese 1000 Anima-Gedöns-Quest gibt euch immer noch eine Ruhmstufe. Also die ist euer Lieferant, um aufzusteigen. Das habe ich jetzt gemacht auf 41. Die Seelen im Schlund sammeln, das gibt euch keinen Ruhm mehr. Das gibt 500 Anima, aber wie gesagt keine Ruhmstufe mehr. Stattdessen wurde diese jetzt ersetzt durch diese Quest. Das Schicksal gestalten. Ist eine neue Quest, wo ihr Aktivitäten in Kortia abschließen müsst. Das ist so ein Rufbalken, Fortschrittsbalken füllen bis 100%. Ihr bekommt dann Kriegskasse des Vorstoßes, Todes, konzentrierte Anima, ein Emblem des Ruhms und stiegische Glut. Die ist dann für die Splitter der Herrschaft aus dem Raid interessant. So, schließt man jetzt mal ab. Gibt dann insgesamt auch noch 750 Ruf bei der neuen Fraktion Vorstoß des Todes. Dementsprechend bin ich jetzt bei 2075 für Tag 1. Und eben die Items. Konzentrierte Anima, die stiegische Glut. Die wird euch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, einfach hier reingeschoben. Jawohl, so sieht es aus. Und dann eben jenen Container. Und wenn wir den aufmachen, holy moly, 2000 Gold, viele Rufbelohnungen, dann eine Offhand hatte ich drin. Dammit. Also jede Menge Zeugs. Meine Taschen werden auch immer voller hier. Lecko mio. Und ja, so viel dazu. Aktuell sind das die zwei, ich sage mal, einzigen Möglichkeiten, Ruhmstufen zu sammeln. Ich glaube, erst nächste Woche mit der Pack-Kampagne gibt es mehr, wenn ich mich nicht irre. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Solltet ihr aber auf jeden Fall erledigen, wenn ihr immer mit dem Ruhm auf einem Level sein wollt. Was jetzt daran aber nervig ist, sie ist definitiv nicht so schnell abschließbar, wie beispielsweise die Quest, die euch die Seelen hat sammeln lassen im Schlund. Also da müsst ihr schon ein bisschen Zeit investieren. Ihr habt, wie gesagt, diese 100%-Balken, den ihr füllen müsst. Dazu bekommt ihr für jede Truhe, die ihr in Cortia aufmacht, also Chest, sind es 3%. Ein Rare Mob gibt 5%. Und dieser Paktangriff gibt 25%. Also theoretisch, es ist ja auch eigentlich darauf ausgelegt, dass ihr das nicht alles an einem Tag durchkloppt. Unbedingt. In dem Fall habe ich es jetzt gemacht, weil, why not? Könnt ihr euch aber an und für sich Zeit lassen. Es gibt zwei Pakt-Übergriffe pro Woche. Da könnt ihr dann beispielsweise, weiß nicht, macht ihr den einen Mittwoch, den nächsten dann am Samstag oder Sonntag, habt ihr schon mal 50%. Und dann müsstet ihr theoretisch in einer Woche noch 5 Rare Mobs kloppen und ihr wärt am Ziel. Oder ihr prügelt das Ganze eben an einem Tag durch. Ich persönlich fand jetzt am schnellsten ging es, einfach hier eine Runde durch Cortia zu drehen, die Chests mitzunehmen, die einem so auf dem Weg entgegen kamen und dann die entsprechenden Rare Mobs. Und dann war man eigentlich schon ganz gut dabei. In diesem Sinne, jetzt wisst ihr es, mit diesen Quests könnt ihr eure Ruhmstufe erhöhen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo. Da aktiviert die Glocke und damit danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit Patch 9.1. Bis zum nächsten Video, bleibt mir auch gesund reingehauen.